Ich bin Sophie Nicole, 28 Jahre alt, ausgebildete Immobilienkauffrau und bin aktuell Teamleiterin für unser regionales Consulting im Norden. Was treibt mich und mein Team bei der Arbeit an? Das Leben unserer Kunden einfacher und besser zu machen, unsere Kunden im Alltag dabei zu begleiten, ihre Prozesse schlanker, effizienter und vor allem digital zu gestalten und so ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Ja, was beeindruckt mich bei der Arbeit für die Arion? Also ich finde es immer wieder wunderbar festzustellen, dass jeder, der bei der Arion arbeitet, eigentlich seinen Job liebt und dass er das, was er macht, mit Inbrunst macht und voll dahinter steht und dass man eigentlich auch bereichsübergreifend immer Teamwork verspürt. Was persönlich in meiner Zeit als operative Consulterin mich persönlich immer angetrieben hat, war das Leben unserer Kunden einfacher zu machen, besser zu machen. Ich habe die Ehre, mit zwölf zum Teil sehr erfahrenen Beratern zusammenzuarbeiten, die alle schon 10, 15 Jahre, 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich haben und es mir super viel Spaß macht, mit solch professionell auftretenden Beratern zusammenzuarbeiten, die aber trotzdem noch offen für Neuerungen und vor allem für diesen digitalen Wandel sind, den auch zu unseren Kunden raustragen und auch Arion intern das Thema Digitalisierung leben. Ja, also wenn du den Job als Consultant bei Arion spannend findest, dann bewirb dich doch gerne bei uns. Ich habe die Ehre gehabt, gerade in den letzten Wochen zwei tolle neue Bewerber für mein Team ausfindig zu machen und einstellen zu können, aber meine Teamleiterkollegen sind noch auf der Suche. Also bewirb dich gerne und vielleicht gehörst du bald dazu.